Guten Morgen und vielen Dank, dass ihr um diese Zeit schon so vielzählig erschienen seid. Als erstes möchte ich eine Frage stellen. Gestern Abend hatte ich eine komische Erfahrung mit einer verschlossenen Tür. Wir sind aus unserer Wohnung rausgegangen und der Hotelbesitzer hat uns in seinem Büro übernachten lassen. Und dann haben wir gestern Abend sein Messaging und seine Mobilnummer gesucht, weil wir uns rausgesperrt hatten. Und er war auf dem Festnetz nicht zu erreichen. Und dann haben wir in der Bar gesucht. Und dann sind wir in der Bar rumgelaufen und haben ihn dort gesucht. Und mit Mobil messaging wäre das nicht passiert. Und ansonsten hätten wir vielleicht eine Stunde mehr geschlafen, aber hätten wir das mit der Bar verpasst. So, jetzt lasst uns mal anfangen. Die Vortragenden sind Roland Schilling und Frieda Steinmetz. Und sie werden eine einfache Einführung in mobiles Chatten geben. Und wenn sie das gemacht haben, werden sie eine tiefe Analyse des TREMA-Protokolls geben. Bitte einmal Applaus. Danke, Thilo. Danke, Thilo. Ich bin Roland. Das ist Frieda. Und wie Thilo uns schon angekündigt hat, reden wir über mobiles Messaging. Das ist eine ganz breite Einführung. Das Feld ist sehr komplex und wir werden das versuchen, hier massentauglich zu machen. Und jetzt werden wir versuchen, das, was die Leute jeden Tag zu benutzen, auch ein bisschen transparenter zu machen. Um das zu machen, fangen wir ganz niedrig an. Die Sicherheits- und Krypto-Nerds in diesem Raum werden feststellen, dass sie eine Menge schon wissen. Die müssen aber ein bisschen sich gedulden. Der erste Teil ist speziell dafür da, die Mechanismen auch in den Grundlagen unserer neuen Kommunikation hier zu vermitteln. Was wir heute hier versuchen, sind drei Sachen. Wir werden Erwartungen an Privatsphäre erklären. Dann werden wir Kommunikations-Szenarien beschreiben, die man davon ableiten kann. Wir suchen nach einer Analogie, wie man das auf mobiles Messaging abbilden kann. Und dann suchen wir nach technischen Lösungen, die das möglich machen. Und dann suchen wir nach etwas, was uns die gleiche Privatsphäre geben würde, wie eine 1-zu-1-Unterhaltung. Und insbesondere werden wir DREMA anschauen. Jetzt fangen wir direkt mal an. Du bist bei einer Party. Ein Haus voller Leute. Und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, er möchte sich mit dir persönlich unterhalten. Privat unterhalten. Was ist die Erwartung? Wir suchen ein separates Zimmer. Vielleicht das Schlafzimmer vom Gastgeber. Und dann schließen wir die Tür. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir uns privat unterhalten können. Und wir schauen mal, was das heißen wird. Als erstes sind wir, das erste ist Confidentiality, also Privatheit. Und wir sind alleine in dem Raum und wir sind uns sicher, dass das, was ich und der Kommunikationspartner sagen, nur von der anderen Person jeweils gehört werden kann. Und in der IT-Sicherheit nennen wir das Confidentiality. Der zweite Teil ist, die zweite Erwartung oder das zweite Versprechen, was wir machen, ist, dass wir wissen, mit wem wir reden. Ich weiß, wie er aussieht, wie das Gesicht aussieht. Und ich weiß genau, wer mein Kommunikationspartner ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Und wenn wir uns beide sicher sind, mit wem wir uns unterhalten, dann nennt man das Authentizität. Weiter geht's. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Analogie hier ein bisschen zusammenbricht. Wenn ich sicherstellen kann, dass alles das, was ich sage, so ankommt, wie ich sage, und niemand dazwischen ist, der das vielleicht verändern würde, dann, wenn ich das sicherstellen kann, wenn ich das so sicherstellen kann, dass alles, was ich sage, unverändert auf der anderen Seite ankommt, dann haben wir Integrität. Die nächsten zwei Prinzipien sind am Anfang ein bisschen kompliziert. Dafür nehmen wir uns jetzt ein paar Minuten. Das sind einerseits Forward Secrecy und zukünftige Secrecy, Future Secrecy. Nehmen wir an, jemand geht in den Raum, während wir uns unterhalten und bleibt während einer gewissen Zeit da und verlässt den Raum dann wieder. Wenn zum Zeitpunkt, als die Personen in den Raum getreten sind, sie nichts darüber lernen müssen, was wir vorher besprochen haben, und sie kommen in den Raum rein und alles, was sie hören, ist der Teil des Gesprächs, den sie mithören, während sie drin sind. Sie wissen also nichts von dem, was wir vorher besprochen haben, dann haben wir Forward Secrecy. Wenn, nachdem sie den Raum wieder verlassen, sie auch nichts mehr mitbekommen, dann haben wir Future Secrecy. Weil es ein bisschen kompliziert zu verstehen ist, haben wir hier das Ganze grafisch aufgezeichnet. Und wir werden die wieder zurückholen, wenn wir mehr darüber sprechen. Wir haben die Timeline, die blau ist, von links nach rechts, und darin den grünen Balken der geheimen Konversation. Der erste Magenta-Balken ist der Beginn des Gesprächs, als die Person in den Raum eintritt. Unser Gespräch ist dann orange. Und der zweite Balken ist wieder Magenta, wo die Person in den Raum verlässt. Und nach diesem Balken wissen sie wieder nichts über unseres Gesprächs. Dass dieser Zuhörer nichts in der Vergangenheit erfahren kann, nennen wir Forward Secrecy. Dass er nichts in die Zukunft hören kann, nennen wir Future Secrecy. Das letzte Prinzip, über das wir sprechen werden, ist Deniability, Verneinbarkeit. Weil wir nur zwei Personen in diesem Raum sind, gibt es keine Zeugen. Wir haben Deniability, weil nach diesem Talk, wenn uns Leute fragen, was wir besprochen haben, kann ich immer auf Frieda zeigen, ich sagte X. Und Frieda kann immer sagen, nein, sagte er nicht, und es wäre Wort gegen Wort. Wenn unser Szenario das erlaubt, dann haben wir Deniability. Weil jeder von uns kann immer verneinen, irgendwas gesagt zu haben oder Behauptnis gesagt zu haben. Und nun schauen wir uns Messaging an. In Messaging kommt ein dritter Teilnehmer in den Raum. Es könnte dein Provider sein, wenn es Text-Messaging ist, das SMS, wie wir den 90er verschickt haben. Es könnte der Messaging-Provider sein, wenn man etwas Komplizierteres verwendet, wie zum Beispiel WhatsApp oder Apple. Aber es gibt immer, außer wenn man ein föderiertes System verwendet, das einige von euch finden möchten, wie zum Beispiel Jabber, das weiß ich, aber wir gucken hier zentralisierte Systeme an und hier wird es immer einen dritten Teilnehmer geben, der die Nachrichten weitervermittelt, ob ihr das mögt oder nicht und ob ihr das wisst oder nicht. Das bringt uns zur zweiten Analogie, dem Post-Netz, Post-Dienst. In Messaging fühlt es sich so an, als ob man ein privates Gespräch hätte mit einer Person. Ihr könnt das sicher verstehen. Man guckt aufs Display, sieht die Nachrichten, sieht den Gesprächspartner, in meinem Fall zum Beispiel Frieda. Wir fühlen uns, als ob wir eine private Konversation hätten. Aber die Nachrichten gehen durch einen Dienstleister. Wir schauen also etwas an, das näher am Post-Dienst ist. Wir bereiten eine Nachricht vor, versenden sie, der Provider nimmt die Nachricht, bringt sie zum Empfänger, der sie dann lesen kann. Das betrifft jede Nachricht, die wir hin und her senden. Um das zu unterstreichen, werden wir Traditional Messaging anschauen, SMS-Nachrichtenversand ohne Verschlüsselung. Wie ihr vielleicht wisst, diese Nachrichten werden auch über den Provider versandt. Und sogar über mehrere Provider, wenn ich zum Beispiel bei Vodafone bin und Frieda bei Verizon, sende ich meine Nachricht zu Vodafone, die sie zu Verizon weiterleiten, die sie dann an Frieda weiterleiten. Weil beide unsere Provider alle Nachrichten kennen und die nicht verschlüsselt sind, hätten wir keine Vertraulichkeit. Sie könnten die Nachrichten auch austauschen. Sowas hat passiert. Wir haben also auch keine Integrität. Ich weiß nicht, ob die Nachricht, die Frieda erhält, die ich gesendet habe. Wir haben noch keine Authentizität der Nachricht, weil die Telefonnummern, die verwendet werden, sehr schwach sind für Authentisierung. Sie sind von den Providern verwaltet. Es gibt dabei keine fixe Zuordnung zu unseren Telefonnummern oder SIM-Karten. Die Nachrichten können weitergesendet werden. Wir wissen also nie, ob die Nachrichten an den vorgesehenen Empfänger gesendet wurden. Keine Authentizität. Nun, Forward and Future Secrecy treffen hier nicht mal zu, weil wir nicht mal aktuelle Vertraulichkeit haben. Und wir haben vielleicht eine gewisse Deniability, aber das ist dann eine philosophische Diskussion, die sich darauf bezieht, ob der Provider behaupten kann, dass er eine Nachricht von mir erhalten hat oder er sie selber geschrieben haben könnte. Wir können das zusammenfassen, dass SMS-Nachrichtenversand diese Privatsphäre-Erwartungen, die wir jetzt aufgezeigt haben, sehr schlecht erfüllt. Machen wir weiter. Wenn wir unsere Postversandsanalogie angucken, sind unsere Nachrichten ungefähr wie Postkarten. Sie sind offen. Die Provider können sie einsehen, können sie verändern, wie jetzt beschrieben, wie sie das mit der Postkarte könnten. Sie sehen den Empfänger, Sie sehen den Sender, Sie sehen den Text, können alles davon verändern, wie bei einer Postkarte. Und was wir jetzt machen wollen, ist diese Postkarten einpacken und sie mehr wie Briefe zu machen, wenn wir uns vorstellen, dass die Postbriefe nicht öffnet. Das müssen wir in dieser Analogie halt vorstellen. Um das tun zu können, geben wir euch die kürzeste Beschreibung zu Verschlüsselung, das ihr jeherhalten werdet. Wir beginnen mit symmetrischer Verschlüsselung. Verschlüsselung, wenn ihr das noch nicht kennt, ist die Übersetzung von lesbarem Text zu Text, der aussieht, als ob er zufällig wäre. Aber wieder umgekehrt werden kann und gelesen werden kann, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Um beim einfachen Beispiel zu bleiben, schaut dieses Kästchen an, auf das Krypto geschrieben ist. Wir stellen uns das einfach vor. Das nimmt zwei Inputs, Plaintext, den offenen Text und ein Key, den Schlüssel, und produziert den Cypher-Text. Der Cypher-Text kann nicht von zufälligem Text unterschieden werden, aber der Empfänger kann mit demselben Schlüssel aus diesem Cypher-Text durch dieselbe Operation wie den Plaintext herstellen. Das nennen wir symmetrische Verschlüsselung. Ihr könnt euch eine Linie vorstellen, wo der Cypher-Text ist, und eigentlich sind die beiden Seiten gespiegelt. Wenn es etwas Symmetrisches gibt, muss es auch etwas Assymmetrisches geben, und die asymmetrische Verschlüsselung funktioniert ähnlich, aber es gibt jetzt zwei Schlüssel. Wir haben einen gelben und einen blauen Schlüssel. Das ist ein Key-Pair, ein Schlüsselpaar. Die sind mathematisch verknüpft, und das funktioniert nun so, dass alles, was mit einem dieser Schlüssel verschlüsselt wurde, kann nur mit einem anderen entschlüsselt werden. Man kann das in beide Richtungen machen, aber das Wichtige, das man sich hier merken sollte, ist, alles, was ich mit dem gelben Schlüssel verschlüsselte, kann nur mit dem blauen entschlüsselt werden. Da wir jetzt das haben, bauen wir darauf auf und verwenden weiter das Szenario. Stellt euch vor, dass jeder unserer Kommunikationspartner einen dieser Schlüssel hat. Nun nennen wir einen dieser Schlüssel einen geheimen Schlüssel und einen einen öffentlichen Schlüssel. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon, das ist traditionelle Public Key Cryptography. Es gibt in diesem Bild etwas, das sich Identität nennt, da kommen wir später dazu. Das Szenario, das ihr euch vorstellen sollt, ist, dass jede dieser Parteien ihren öffentlichen Schlüssel veröffentlicht und den privaten Schlüssel geheim hält. Ihr kennt das alles geheim, nur als privaten Schlüssel. Wir haben es hier als Geheimschlüssel in Folien aufgeschrieben, weil das Wort etwas klarer ist. Das heißt nun, dass jede Nachricht, die mit dem öffentlichen Schlüssel einer Partei verschlüsselt ist, kann nur mit deren geheimen Schlüssel entschlüsselt werden. Das heißt, ich kann Friedrichs öffentlichen Schlüssel nehmen, seine Nachricht damit verschlüsselt, und er ist nun der Einzige, der diese Nachricht entschlüsseln kann, solange sein Geheimschlüssel geheim bleibt, und er ihn nicht veröffentlicht. Nun, das Problem ist, das ist ein ziemlich teures Szenario. Wir bekommen etwas, das ähnlich ist wie ein Postversandnetz. Wir können eine Nachricht verschlüsseln. Wir packen also unseren Brief in einen Umschlag, versenden den. Niemand kann in den Umschlag reingucken. Die Poststelle sieht, an wen der Brief geht, weiß aber nicht, was drinsteht. Sie können nicht reinschauen. Wie bereits gesagt, das ist aber sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist schwer umzusetzen für Mobilgeräte, besonders weil mobiles Messaging normalerweise auf dem Smartphone passiert, es kompliziert zu machen. Was, wenn wir einen Mechanismus hätten, der es uns ermöglichen würde, symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung zu kombinieren? Und es stellt sich heraus, das haben wir. Wir machen das ganz einfach und sprechen hier kurz über Key Establishment und auch hier nur einen möglichen Weg, dies zu tun. Wir haben zwei neue Kästchen, Key Generator. Das Schema, das wir anschauen, funktioniert folgendermaßen. Man nimmt einen der geheimen Schlüssel und einen anderen öffentlichen Schlüssel, packt diese in den Key Generator und merkt euch, erinnert euch, diese Keys sind mathematisch verlinkt, gleich zusammen. Und dieser Key Generator funktioniert nun so, dass es keine Rolle spielt, nennen wir die Personen Alice und Bob, es spielt keine Rolle, ob man Alice's Secret Key und Bob's Public Key oder Alice's Public Key und Bob's Secret Key nimmt. Man kommt immer zum selben Schlüssel, den wir den geteilten Schlüssel nennen, den Shared Key. Und dieser Shared Key kann dann verwendet werden, um Nachrichten zu versenden. Und wie wir besprochen haben, symmetrische Verschlüsselung ist günstiger, geht schneller als asymmetrische Verschlüsselung. Das hat also den Vorteil, wir können beide Verfahren kombinieren. Der Vorteil ist, es ist deutlich günstiger und wir können den Schlüssel auf beiden Seiten finden. Der Nachteil ist, wir kommen auf beiden Seiten zum selben Schlüssel. Ihr habt das sicher schon realisiert, das ist ein sehr statisches Schema. Wir kommen immer auf denselben Schlüssel zwischen Alice und Bob und das wird gleich ein Problem werden. Fassen wir zusammen. Asymmetrische Verschlüsselung gibt uns IDs, aber ist sehr teuer. Wir wissen, dass symmetrische Verschlüsselung günstig ist, aber wir müssen den Schlüssel erst zwischen beiden Parteien verteilen. Und wir haben Key Establishment angeschaut, mit dem wir symmetrische Schlüssel generieren können, basierend auf asymmetrischen Schlüsselpaaren. Das heißt, wir haben jetzt Vertraulichkeit hergestellt, wir können Nachrichten reinstecken, wir bekommen einen verschlüsselnden Text, dann schicken wir es rüber und auf der anderen Seite wird es ausgepackt und keiner kann es mitlesen auf dem Weg. Jetzt kommt es zu Ablehnbarkeit, Deniability. Es geht darum zu sagen, dass ich sage, du hast das und das gesagt und der andere sagt, nee, das habe ich nie gesagt, das nachweisen zu können. Wenn man auf das kryptografisch schaut, dann kann man bisher nicht sagen, das ist von mir oder von jemand anders geschickt worden. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir gerade beschrieben haben, beide Parteien generieren den gleichen Schlüssel, der gleiche Schlüssel wird auf beiden Seiten generiert und wenn ich auf eine Nachricht schaue, die auf der einen Seite generiert worden ist, dann kann ich nie behaupten, kann ich nicht abstreiten, dass die auf der anderen Seite generiert worden sei oder nicht. Und wie geht es um Vorwärts- und Rückwärts-Sicherheit oder Geheimhaltung? Dieses Bild ändert sich jetzt so. Wir sehen jetzt unten Key Compromise, das heißt also, dass der Schlüssel gebrochen wurde von jemandem draußen, dass der an jemand anders gegangen wurde und dass wir nach einer gewissen Zeit einen neuen Schlüssel generieren. Der Schlüssel ist in die Hände eines Angreifers gefallen und wir nutzen ja den gleichen Schlüssel die ganze Zeit. Wenn die jetzt an dem Zeitpunkt, wo der Schlüssel in dritter Hände gefallen ist, nichts auspacken könnten, was vorher gewesen sei und wenn die an dem Punkt, wo wir einen neuen Schlüssel aushandeln, dann auch mit ihm erweiter könnten, dann hätten wir Rückwärts-Sicherheit oder Rückwärts-Vertraulichkeit und Vorwärts-Vertraulichkeit. Und das sollte euch jetzt mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns Dreh mal im Detail anschauen. Wenn wir jetzt eine Möglichkeit hätten, den Schlüssel wegzuschmeißen, nachdem wir sie benutzt haben, dann könnten wir Vorwärts- und Rückwärts- Geheimhaltung sicherstellen. Unser Protokoll gibt uns Vertraulichkeit, Abstreitbarkeit und Authentizität. Wir haben keine Vorwärts- und Rückwärts- Geheimhaltung und wir ignorieren Integrität, aber wir werden dazu zurückkommen. Und wenn wir Dreh mal anschauen, dann werden wir feststellen, dass es auch da ist. Aber wir wollen jetzt dieses Konzept erst mal rauslassen. Wir haben jetzt zwar alles in Ordnung gebracht, aber ihr habt uns über IDs reden gehört, wo wir uns nicht so im Detail drüber unterhalten haben. Hier ist mein eigener Professor. Mein Professor sagt, Kryptografie ist selten, wenn überhaupt jemals, die Lösung zu einem Sicherheitsproblem. Kryptografie ist ein Übersetzungsmechanismus, der normalerweise ein Kommunikationssicherheitsproblem in ein Schlüsselmanagement-System übersetzt. Er weiß, dass ich einen privaten und öffentlichen Schlüssel habe. Ich weiß, dass er einen hat. Und wie können wir diesen öffentlichen Schlüssel zueinander kommunizieren? PGP gibt es seit 20 Jahren und jeder, der das schon mal angeschaut hat, der weiß, wovon ich rede. Das gleiche Problem gibt es im Mobile Messaging. Diese zentrale Instanz, dieser Messaging-Server, die können wir die können wir anfragen und ich kann dem zentralen Server meine Identität sagen und der Server, der hat ein bisschen Informationen, mich zu benennen und meinen Schlüssel. und jetzt ist halt die Frage, ob wir dem Messaging-Server trauen. Aber wir haben eine Möglichkeit, unsere Public Keys zu anderen Leuten zu kommunizieren. Was werden wir als Identitäten verwenden? Hier in unserem Diagramm geht Alex einfach her und sagt, ich möchte mit Bob reden und der Server weiß, wer Bob ist. Die Frage ist, was eine gute ID darstellt. Wir könnten Telefonnummern verwenden, E-Mail-Adressen verwenden oder wir könnten uns was anderes ausdenken. Und etwas anderes, das wird der interessante Teil sein. Die Telefonnummer kann Benutzer identifizieren und ich verlasse mich ja sowieso schon auf den Provider, dass das funktioniert mit den Telefonnummern, dass die richtige Person auf der anderen Seite ist. Die Telefonnummer ist persönliche Information und das würde ich nicht wirklich in der Öffentlichkeit sehen wollen. Ich persönlich würde das nicht unbedingt nutzen wollen, weil ich es nicht unbedingt ändern kann, wenn es kompromittiert wird. Ja, eine E-Mail-Adresse ist auch wieder wie eine Telefonnummer. Die sind nicht ganz so langlebig wie Telefonnummern, aber haben ähnlich das gleiche Problem. Man kann temporäre E-Mail-Adressen verwenden. aber idealerweise wollen wir was anderes. Etwas, das mich nur innerhalb dieses Services identifiziert und wir zeigen mal, wie das funktionieren könnte und dass man es auch ändern kann. hier ist das Szenario. Ich sehe eine bestimmte Anzahl von öffentlichen Keys und ich muss einen Weg finden, um herauszufinden, welche denn jetzt der richtige ist. Welcher derjenige ist, der gerade benutzt wird. Vielleicht hat er eine ganze Anzahl von öffentlichen Schlüsseln und vielleicht hat er ein paar neue gemacht und vielleicht hat er vergessen, ein paar mitzunehmen und ich weiß nicht genau, welcher der aktuelle ist. Jetzt gehen wir zurück zu dem Messenger-Server und der verteilt die Schlüssel. Und jetzt haben wir hier eine dritte Zeile. Wir haben jetzt hier einen Weg eingebaut, dass man sich persönlich treffen kann und die Schlüssel persönlich überprüfen kann. Trema benutzt auch QR-Codes, wie wir es hier zeigen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das Wichtige ist halt, dass man den Schlüssel verifizieren kann, unabhängig von dem Messaging-Server, weil ich einem Messaging-Server nicht mehr unbedingt vertrauen muss. Wir haben das jetzt unabhängig von dem Server verifiziert. Wir haben jetzt das Authentizitätsproblem gelöst. Wir können sie mit Telefonnummer und E-Mail identifizieren. Wir müssen das nicht tun, wir können die IDs anonym verwenden, aber wir haben eine Möglichkeit, das unabhängig zu bestätigen. Ein Problem ist, dass Benutzer ihre IDs ändern, dann müssen wir halt nochmal neu verifizieren. Und jetzt schauen wir uns mal die Metadaten an. Der Angreifer kann jetzt nicht mehr in die Nachrichten reinschauen, aber der kann sehen, wer mit wem redet und wie groß die Nachricht ist und was da für Zeitstempel drauf ist. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen spät, ich muss mal ein bisschen schneller werden. Also, wir wollen jetzt verstecken, von wem das ist, an wen das ist. Und das tun wir, indem wir den Umschlag in noch einen Umschlag tun. Und wir geben dem Messenger-Server eine ganze Menge Umschläge. Also, im Netzwerk kann man nur sehen, dass ganz viele Leute dem Messenger-Server Pakete schicken, aber sie können halt nicht sehen, wo das jetzt hingehen soll. Der Messenger-Server, der kann den äußeren Umschlag aufmachen und kann dort hineinschauen und kann sehen, dass das für Alice ist, kann es in noch einen Umschlag reinstecken. Und Alice kann dann den äußeren und den inneren Umschlag aufmachen und kann dann die Nachricht lesen. Und was wir damit erreicht haben, ist ein Zwei-Ebenen Kommunikationskanal vom einen Ende zum anderen Ende. Und das Blaue ist von dem ersten zum Messaging-Server und innen drin der braune Kanal ist zwischen den beiden Partnern, der auch dem Zentral-Server verborgen ist. Der Messaging-Server, der weiß immer noch, wer mit wem redet und die Uhrzeit und die Größe der Nachricht. Also die Größe, die können wir erstmal adressieren, indem wir Padding machen. Padding ist extra Material an die Nachricht hin dran fügen, bevor wir das verschlüsseln, sodass alle verschlüsselten Nachrichten groß sind. zufällige Information sein, es sollte niemals die gleiche Länge haben, aber damit können wir die eigentliche Größe von dem Ding verstecken. Das war jetzt eine einfache Einführung in mobiles Messaging und jetzt gehen wir zum nächsten. Dazu will ich nur ein paar Sachen sagen, bevor wir das tun. Wir haben keine Beziehung zu Threema, wir sind auch nicht hier, um euch Threema zu empfehlen, wir haben keine formale Analyse gemacht, wir machen keine Garantien und wir möchten nicht zitiert werden, dass wir sagen, nutzt es oder nutzt es nicht. Was wir machen möchten, ist mehr Leute auf die Mechanismen hinweisen, die verwendet werden und wir haben einen beliebigen Nachrichten Provener ausgewählt, wir haben uns für Threema entschieden, weil dieser Messenger die Möglichkeit anbietet, dedizierte Schlüssel zu verwenden und weil es Closed Source ist, fanden wir es interessant, in diese App reinzuschauen und das öffentlich zu machen, was dort passiert. Wir sind nicht die Ersten, die das gemacht haben, wir sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben, aber uns ist wichtig, euch darauf hinzuweisen, wie diese App funktioniert. Damit gebe ich an Frieda weiter. Ich werde euch unser Verständnis des Protokolls und der Architektur von Dreamer aufzeigen. Wir haben haben das größtenteils durch Reverse Engineering der Android App erhalten. Das wäre kein komplettes Bild, aber die wichtigsten Features, Funktionen müssten enthalten sein des Protokolls. Ich fange mit der Vogelperspektive der Architektur an. Roland hat euch die abstrakte Einführung zu mobile Messaging aufgezeigt. Es ging immer um eine Third Party den Messaging Provider. Hier gibt es nun drei Entitäten. Dreamer hat drei verschiedene Server für den meisten Teil, die komplett unterschiedliche Aufgaben für die App wahrnehmen. Ich fange an mit dem Directory Server, der orange unten ist, weil das der Server ist, mit dem ihr wahrscheinlich als erstes Kontakt haben werdet, wenn ihr in einem Gespräch vertreten sein möchtet, mit jemandem, mit dem ihr noch keine Gespräche hattet. Dieser Server vermittelt alles rund um Public Keys. Das ist auch der Server, den ihr anfragen werdet für Public Keys mit einer Frage wie ich habe diese Three-My-ID, was ist der Public Key dazu? Darüber ist der Messaging Server das zentrale Herzstück des ganzen Szenarios. Seine Aufgabe ist es, Nachrichten vom einen Kommunikationspartner zum nächsten weiterzuleiten und darüber gibt es den Media Server. Ich werde darüber später noch sprechen. Seine Aufgabe ist es, große Mediendateien Videos zu lagern. Wie gesagt, ich werde mit dem Directory-Server anfangen. Im Fall von Threema ist dieser Directory-Server basierend auf einer REST-API. Die Kommunikation passiert über HTTPS, das heißt, die Verbindung ist CLS-verschlüsselt. Die Verschlüsselung ist erfüllt alle der Merkmale, die wir vorher besprochen haben. Wenn man also mit einer neuen Person kommunizieren möchte und deren Threema-ID oder Telefonnummer hat, dann fragt die App den Directory-Server und fragt nach dem Public Key zu dieser Nummer oder dieser ID. Und hoffentlich ist die Antwort, ja, ich kenne diese Person, hier ist der Public Key dieser Person. Wie Roland schon beschrieben hat, wir haben uns dafür entschieden, Threema zu analysieren, für die Möglichkeit, beliebige IDs zu verwenden und für das System, weil Fingerprints in Person über QR-Codes verifiziert werden können. Das ist etwas, das viele andere Messengers nicht haben und da will ich kurz drüber sprechen. Wenn man einfach den Directory-Server fragt, was ist die Threema-ID, ich möchte den Public Key, die Applikation wird dann sagen, ja, ich habe eine Antwort vom Directory-Server, aber ich habe sehr geringes Vertrauen, dass du wirklich weißt, wer diese Person ist, hinter diesem Public Key. Deshalb wird dieser Kontakt mit einem roten Punkt markiert werden. Wenn man eine Telefonnummer oder eine Mail-Adresse hat und fragt, was ist der passende Threema-Public Key, dann wird der Server antworten, ja, wir müssen immer noch dem Directory-Server vertrauen, aber ich habe ein gewisses Vertrauen, dass die Person mit diesem Public Key möglicherweise die Person sein könnte, mit der du sprechen möchtest. Wir vertrauen immer noch dem Directory-Server, und der Kontakt wird nun mit zwei Orangen-Punkten markiert. Und die dritte Stufe, wenn man jemanden Person getroffen hat und den QR-Code, den Public Key oder den Threema-Key dieser Person über den QR-Code gescannt hat, dann wird dieser Kontakt mit drei grünen Punkten markiert. In diesem Fall sagt die App, ich bin zu 100% sicher, dass das die richtige Person ist und ich den richtigen Key für diese Person habe. Wenn wir nun ein Gespräch starten möchten, haben wir zu diesem Zeitpunkt also alle nötigen Daten, um eine Nachricht zu verschlüsseln, ein Gespräch zu starten. Die Frage war leider, wie tun wir das, diese Verschlüsselung? Im Fall von Threema benutzt eine Library namens Salt von Daniel Bernstein, er nennt die Library Salt, aber sie ist N-A-C-L, Natriumchlorid abgekürzt, also wenn man irgendwo N-A-C-L sieht, dann ist das ausgesprochen Salt. Diese Bibliothek ist spezifisch dazu entwickelt worden, um Nachrichten zu verschlüsseln und soll sehr einfach in der Anwendung sein und uns dabei alle nötigen Features geben, die wir für die Verschlüsselung von Nachrichten brauchen. Was hier verwendet wird, ist die Authenticate, die Authentizierte Verschlüsselung von Salt. Sie gibt uns Intiquität, Authentizität und Vertraulichheit. Hier ist ein kurzer Überblick, wie wir diese Bibliothek in Threema verwendet wird. Im grauen Kästchen sind die Bibliotheksfunktionen, wir brauchen also nur den Public Key des Empfängers und die Nachricht um eine Nachricht zu verschlüsseln. Die Library benötigt auch ein Nonce, eine Nonce und das heißt, wir müssen etwas Zufälliges generieren, um das der Nachricht mitzugeben, um diese verschlüsseln zu können. Das ist eine Maßnahme, dass, wenn wir dieselbe Nachricht zweimal verschlüsseln würden, wir nicht denselben Cypher-Text erhalten. Am Ende bekommen wir aus dieser Library den Cypher-Text, die verschlüsselte Nachricht, ein Mac, und da bleibe ich kurz bei einer ganz einfachen Definition. Es ist etwas, das zeigt, eine Checksumme, die bestätigt, dass die Nachricht nicht verändert wurde. Also jemand kann mit dem Cypher-Text und dem Mac nachvollziehen, dass die Nachricht integer ist. Wenn wir diese Nachricht nun in verschlüsselter Form übermitteln wollen, dann müssen wir die Nons mitsenden, die ist nicht geheim, wird aber zur Entschlüsselung weiter benötigt. So funktioniert die Verschlüsselung in Threemam. Wie ihr euch aber von Rolands Einführung erinnern könnt, dieses Schema bietet keine vorausschauende und rückblickende Sicherheit. Wir können hier vorausschauende rückblickende Sicherheit hinzufügen und das macht man normalerweise mit einem Handshake. Ein Handshake ist ein System, bei dem man alte Schlüssel wegwirft und sich auf neue Schlüssel einigt. Einen solchen Handshake mit jemandem zu machen, der nicht online ist, ist ziemlich kompliziert. Die Signal Messaging App hat einen solchen Mechanismus, der aber ziemlich kompliziert ist. Das Protokoll von Threema spart sich diesen Aufwand und führt diesen Handshake nur mit dem Threema Messaging Server durch, weil diese Server werden online sein. Threema hat einen gewissen Trust in diese Verbindung. Und ich werde euch aufzeigen, wie dieser Handshake gemacht wird. Das machen wir jetzt Schritt für Schritt und ich werde euch versuchen aufzuzeigen, was jeder Schritt zu tun versucht. Wenn wir eine Verbindung aufbauen, um eine Nachricht zu senden, dann verbindet sich die Threema App erst zum Server und sendet ein Client Hello. ein sehr einfaches Paket. Es ist nur dafür da, um den Public Key zu kommunizieren, den wir verwenden möchten und das Nonce Prefix. Also das ist ungefähr die Hälfte der Nonce. Die zweite Hälfte ist dann ein Counter, der während dieser Kommunikation immer erhöht werden wird. Es macht nichts, wenn ihr das jetzt als die ganze Nonce anschaut. Gut, wir starten also diese Konversation und senden den neuen Public Key. Der Server wird dann antworten, ich brauche dann auch einen neuen Public Key. Sendet mit dieser Nachricht ebenfalls seinen neuen Public Key. Das einzige, was man hier berücksichtigen muss, es ist nicht viel mehr, das mitgesendet wird, als der Client das bereits getan hat. Zusätzlich kommt aber noch die Server Nonce dazu und eben die Client Nonce, um aufzuzeigen, dass der Server auf unsere Anfrage von gerade eben reagiert hat. Und das nicht einfach ein fehlgeleitetes Paket von vorher ist. Der zweite Teil der Nachricht, diese Klammer Cypher-Text weist darauf hin, ist, dass der zweite Teil dieser Nachricht verschlüsselt ist. Verschlüsselt mit dem langfristigen Private Key des Servers. Und damit tut der Server etwas, das nur jemand tun kann, der den langfristigen Private Key des Servers besitzt. Er verschlüsselt also die Nachricht mit diesem Secret Key und leitet und versendet die Nachricht erst dann. So kann niemand den Server imitieren und diese Nachricht selber verschinden. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Client, dass der Server tatsächlich der Threema-Server ist und nicht jemand, der diesen Server fälscht. der Server weiß auch, dass ein neuer Public Key verwendet werden soll, weiß aber noch nicht, wer das ist. Das ändert sich in diesem Schritt. In diesem Schritt sendet der Client das Client Authentication Packet mit, das Information über den Client enthält. Der erste Teil ist die Threema-ID. Das ist ein String von acht Zeichen, Zahlen, Ziffern und Buchstaben. Dann kommt ein User-Agent-String, der nicht technisch nötig ist für das Protokoll. Der enthält die Version des Threema-Clients, das System, iOS, Android, ist aber nicht technisch für das Protokoll notwendig. Ist also ungefähr dasselbe wie ein User-Agent bei einem Webbrowser. Ich weiß nicht, wieso sie das tun, aber sie tun es. Der Rest der Nachricht sind Nonses, die jetzt überspringen werden und der vorübergehende Public Key des Clients diesmal verschlüsselt mit unserem langfristigen Private Key. Wir tun also dasselbe wie der Server. Mit unserem geheimen Schlüssel verschlüsseln wir die Nachricht, die wir schon vorher gesendet haben und bestätigen damit, dass tatsächlich wir den geheimen langfristigen Schlüssel kontrollieren. Nach diesem Austausch wissen beides Parteien was die jeweils andere Partei will und dass diese Person tatsächlich ist, wer sie sich ausgibt zu sein. Zum Abschluss sendet der Server eine Reihe von Nullen verschlüsselt mit dem ausgehandelten Key. Nun, wenn wir das getan haben, wenn ihr euch an dieses Bild hier erinnert, dann haben wir Vorwärts Sicherheit, Vorwärts Geheimhaltung sichergestellt. Wir haben nichts für das innere Verschlüsselungs leer gemacht. Bei Threema ist es einfach die Verschlüsselung mit der Salt Library, das auf ganz einfache Weise verwendet wird. Nun haben wir Kanäle aufgebaut, über die wir kommunizieren können. Im nächsten Schritt will ich nun anschauen, was wir über diese Kanäle auch tatsächlich versenden. Dazu zeige ich hier das Threema Packet Format auf. Das ist das Format, das Pakete haben, die von Threema von der Applikation an die Server gesendet werden. In diesem Fall ist das die Form eines Pakets, wenn ich etwas an einen Kommunikationspartner übermitteln möchte, zum Beispiel eine Textnachricht. Es gibt Nachrichten für Managementzwecke mit dem Server, die niemals an andere Clients übermittelt werden, aber das hier ist das grundsätzliche Format, wenn wir Bilder oder Text an Kommunikationspartner übermitteln. Es gibt einen Pakettypen oben links und dann folgen die Felder auf dem Umschlag. Das ist eine Nachricht von Alice an Bob. Ihr könnt euch erinnern. Dann kommt eine Message ID, eine zufällige ID, die erstellt wird, wenn die Nachricht versendet wird. Es folgt ein Zeitstempel, damit der Server weiß, ob stecken geblieben ist, dann folgt etwas Threema Spezifisches. Threema hat öffentliche Nicknames, die man als Alias für seinen Accountnamen festlegen kann. Wenn man dies tut, dann wird dieser Nickname mit jeder Nachricht übermittelt. Wenn man diesen Nickname ändert, dann wird das auf dem Gerät eines Kommunikationspartners auch erst dann wieder gespiegelt, wenn eine Nachricht von euch erhalten hat. Dann folgt eine Nons, die mit dem Cypher-Text verwendet wurde, und schließlich kommt der Cypher-Text, der innere Umschlag, mit der Nachricht. Nun schauen wir uns an, was in diesem Umschlag ist, wie diese Nachrichten ausschauen, die wir unseren Kommunikationspartner übermitteln. Das Einfachste, was wir tun können, ist eine Textnachricht. Wir sehen oben in Grau immer noch die Felder des äußeren Umschlags und unten etwas ganz Einfaches. Wir haben einen Nachrichtentyp, ein Byte, das angibt, dass es Cypher-Text ist, und dann folgt Text. Nichts weiter, einfach Text. Und danach folgt Padding, wie ist das im innersten Verschlüsselungslayer. Der Threema Server weiß also nicht, wie groß die versandten Nachrichten sind. Das ist sehr praktisch, also für Typing-Notifications, die an Gesprächspartner versendet werden. So versteckt Threema diese Notifications vor dem eigenen Server, weil die Länge sich immer ändert. Ein anderer Message Type, ich würde sagen, einer der einfachen Nachrichtentypen, die oft verwendet werden, ist eine Bild-Nachricht. Wenn ich jemandem ein Bild senden möchte, die sehen ungefähr komisch aus, auf den ersten Blick. Sie haben auch einen Nachrichtentyp, gefolgt von einer Blob-ID, Was das ist, werde ich gleich noch erklären, gefolgt von einer Größe, die Größe des Bildes mit übertragen und dann folgt ein Key und dann das Padding. Die Frage ist nun, was ist die Blob-ID und was ist der Schlüssel, der übermittelt wird. Und hier kommt der Medien Server ins Spiel. Der Medien Server ist, ich zeige euch, was passiert, wenn ihr eine Bildennachricht versendet. Die App nimmt das Bild, das versendet werden soll, erstellt einen zufälligen Schlüssel, verschlüsselt das Bild mit diesem Schlüssel und sendet es zum Medien Server. Der Medien Server speichert das Bild unter einer Blob-ID und antwortet mit dieser Blob-ID. Danach sendet und der Client die Image Nachricht gerade gezeigt hat, habe einen Kommunikations Server. Dieser gibt seinen Empfänger weiter, der Empfänger sieht die Blob-ID und den Schlüssel, fragt dann beim Medien Server an, hey, Medien Server, hast du unter dieser Blob-ID etwas gespeichert? Der Medien Server antwortet, ja, habe ich. Hier ist der verschlüsselte Inhalt. Der Kommunikations Partner erhält zu diesem Zeitpunkt das verschlüsselte Bild, entschlüsselt es mit dem Schlüssel, den er in der Nachricht erhalten hat und sieht das Bild. Damit haben wir grundsätzliches modernes Instant Messaging sichergestellt. Was ich jetzt als nächstes anschauen möchte, ist etwas, das die meisten Leute von einem modernen Chat-System auch wollen. Die Unterhaltungen in TREMA funktionieren nicht so viel anders als bei anderen Messagern. Wenn ich an eine Gruppe sende, dann verschlüssele ich das mehrfach und meine Kommunikationspartner müssen wissen, dass es eine Gruppennachricht ist. Also Gruppennachricht ist das, worüber ich reden möchte. und diese Nachrichten sehen dann hier so aus. Die enthalten genau das. Die Creator-ID ist hier die TREMA-ID von dem Sender und die Gruppen-ID ist für die Empfängergruppe und dann kommt das normale Paketformat. Hier eine Textnachricht, aber analog würde es auch für Images funktionieren. Wir brauchen jetzt auch noch eine Möglichkeit, neue Gruppen anzulegen und dafür gibt es Spezialpakete. Das hier ist eine Nachricht, die eine Gruppe anlegt und diese Gruppe hat die folgenden Nachrichten. Es gibt eine Group-ID, es gibt keinen Creator mehr. Das Gruppenmanagement in TREMA ist sehr statisch und es kann nur derjenige, der die Gruppe hergestellt hat, der kann dann auch solche Nachrichten verschicken, zum Beispiel, dass es einen neuen Teilnehmer gibt. Der Creator ist hier implizit, das ist nämlich der Sender. Das ist ein bisschen nervig, weil man keine Gruppe anlegen kann, wo jeder Teilnehmer zufüllen kann. Wenn man zusätzlich noch einen Namen hat, dann sieht das sehr ähnlich aus. Als nächstes möchte mich über das, was darüber passiert unterhalten. Damit sind ja Pakete unterhalten. Es gibt noch ein paar mehr Pakettypen, wie zum Beispiel für Audio. Aber die sehen ähnlich aus, wie das mit den Bildern. Bildern. Aber über dem Paketformat ist auch noch eine ganze Menge was passiert. Und ein gutes Beispiel ist, wie die Subtitles oder Untertitel für Bilder behandeln, wenn man Texte in ein Bild hinzufügt. Sie haben kein Paketformat oder sowas. Das heißt also, die tun den Untertitel in das Bild hinein. Das hat den Vorteil, dass das mit Trema-Versionen, die sowas nicht können, kompatibel ist, also rückwärts kompatibel. Es ist ein Feature, was nicht im Paketformat auftaucht. Und Quotes sehen relativ ähnlich aus. Und in der Anwendung sieht es besonders aus. Und es sieht so aus, ob es zu der alten Nachricht dazugehört, aber eigentlich ist das nur eine ganz normale Text Message. Und die Formatierung der eigentlichen des Payloads, der Nachricht ist Markdown und das wird dann beim Client interpretiert. Damit ist es kompatibel mit Versionen, die sowas nicht haben. Und damit höre ich jetzt auf, euch die Features vor vor zu führen. Es gibt zwar noch mehr, worum man sich unterhalten könnte, aber ihr habt jetzt ein gutes Gefühl dafür, wie das Ding funktioniert. Alles, was es tut, solltet ihr jetzt wissen und ich habe euch gezeigt, wie es funktioniert. Und jetzt gebe ich wieder an Roland ab und Roland wird die Ergebnisse unseres Reverse Engineers vorführen. Wir haben euch erzählt, dass wir die Anwendung auseinandergenommen und reverse ingeniert haben. Das stimmt alles. Aber wir sind hierher gekommen, um euch auch ein bisschen darüber aufzuklären, was ihr von Messaging-Anwendungen erwarten könnt. Und wir haben euch ein bisschen Hintergrund und Terminologie gegeben, um eure eigene Entscheidung zu treffen oder eure eigene Einschätzung zu treffen von Messengern und was die Versprechen sind im Verhältnis zu euren Erwartungen. Da wir das Ding auseinandergenommen haben, weil wir das Ding auseinandergenommen haben, haben wir es in eine Bibliothek gepackt. Wir haben es in eine Bibliothek gepackt und wir wissen nicht, ob ihr mit dem Begriff akademischer Code vertraut seid. Wir haben das immer wieder mal ein bisschen daran gearbeitet. Wir haben es vor zwei Jahren gearbeitet und haben es wieder ein bisschen rumliegen lassen. Und jetzt hat es noch ein Jahr in der Schublade gelegen, bevor wir beschlossen haben, es abzuschließen. Also der Code ist nicht besonders hübsch. Aber wir wollten es publizieren, in der Hoffnung, dass vielleicht darum sich eine Community gründet, die das erweitert, die vielleicht die Dinge in Ordnung bringt, die wir nicht so toll machen. Wir laden die Slides hoch, also ihr braucht hier keine Fotos von der Slide nehmen. Hier ist unser Repository. Wir haben gestern den Code hochgeladen und wenn ihr sofort etwas hochladen wollt, dann würden wir empfehlen, dass ihr nochmal ein paar Wochen wartet, weil wir noch ein paar Sachen in Ordnung bringen wollen. Und wir hoffen, dass alle anderen sich das anschauen und ein Gefühl dafür bekommen oder ein Verständnis dafür bekommen, was es tut. Und wir hoffen, dass das die DREMA-Leute dazu bringt, ihren Code veröffentlichen. Solange das hier nur ein Reverse Engineering ist, wird es niemals echte Transparenz geben. Mit unserer Bibliothek habt ihr die Garantie von Transparenz. Wenn ihr mal ein Bot schreiben wollt, dann würde das damit funktionieren oder wenn ihr auch verstehen wollt, wie das funktioniert, dann würde das auch damit gehen. Und damit danken wir euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Roland Frieder. Wir haben nur Zeit für eine Frage. Wer hat eine sehr, sehr wichtige Frage? Der Signal Angel winkt. Ich wähle die beste Frage von Alien. Wäre es möglich, Captions zu verwenden, um bösartige Exif-Daten in Bilder einzufügen? Antwort, was was ist bösartige Exif-Daten? Was wir nicht getan haben, ist im Detail Sicherheitsprobleme der App anzuschauen. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, das gehört in dieses Gebiet. Es gibt auch eine Library, die das Anzeigen von GIFs steuern, wir hätten anschauen können, ob das exploitable ist, aber haben das nicht getan. Wir haben das Protokoll angeschaut, aber keine weiteren Details. Eine weitere Frage, wenn ein User, der nicht in einer Gruppe ist, eine Group-Update-Nachricht versendet, was passiert dann? Antwort, Threema-Gruppen-IDs sind nicht global einzigartig. Die Gruppen-ID hängt immer auch von der ID des Gruppen-Erstellers ab. Wenn also eine andere Person eine Update-Nachricht für eine Gruppe versenden würde, dann würde Threema sich auf deren Threema-ID beziehen und die Gruppe gar nicht erst finden. Man kann also so keine Gruppe übernehmen. Okay, very well. Another round of applause for our speakers. Thank you. für die wir haben, 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 wir haben, Bis zum nächsten Mal.